Schritte einer systematischen Übersichtsarbeit Dieses Video erklärt die wichtigsten Schritte und Abläufe einer systematischen Übersichtsarbeit. Lernziele dieses Videos sind, die wichtigsten methodischen Schritte einer systematischen Übersichtsarbeit kennenzulernen und die Grundprinzipien einer Meta-Analyse zu verstehen sowie einen Forest Plot interpretieren zu können. Systematische Übersichtsarbeiten sind standardisierte Literaturarbeiten, die immer einem klaren Schema folgen. Jede systematische Übersichtsarbeit beginnt mit der Erstellung einer präzisen, beantwortbaren Forschungsfrage. Der zweite Schritt ist die Festlegung der Einschluss- sowie der Ausschlusskriterien jener Studien, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Im dritten Schritt wird eine systematische Literatursuche durchgeführt. Die gefundenen Studien werden im vierten Schritt von zwei Personen, unabhängig voneinander, überprüft, ob sie den Einschlusskriterien entsprechen. Danach werden die eingeschlossenen Studien hinsichtlich ihrer methodischen Qualität kritisch bewertet. Der letzte Schritt besteht in der Zusammenfassung der eingeschlossenen Studienergebnisse. Dies beinhaltet auch die Bewertung der Evidenz der einzelnen Studien. Sehen wir uns nun diese Schritte etwas genauer an. Die Grundlage jeder systematischen Übersichtsarbeit sind eine oder mehrere klar formulierte Fragen. In der Medizin haben Forschungsfragen eine bestimmte Struktur, das PICO-Format. PICO ist eine Abkürzung für Population, Intervention, Kontrollintervention und Outcome. Eine gute Forschungsfrage beinhaltet alle diese Elemente. Die Population beschreibt eine Gruppe von Personen mit bestimmten Merkmalen oder einer bestimmten Erkrankung. Die Intervention ist eine Behandlung oder Exposition, die diese Population betrifft. Die Kontrollintervention ist eine alternative Behandlung oder Exposition. Es kann auch ein Placebo oder keine Exposition sein. Outcome steht für eine oder mehrere Zielvariablen, mit welchen der Nutzen, aber auch Nebenwirkungen der Intervention erhoben werden. Ein Outcome kann auch das gesundheitliche Risiko einer Exposition sein. Zum Beispiel ist die Frage, hilft Akupunktur bei der Raucherentwöhnung zu ungenau formuliert. Folgende Frage entspricht dem PICO-Format. Ist Akupunktur genauso wirksam wie Nikotinsubstitutionstherapie, um bei erwachsenen Rauchern eine Langzeit-Nikotinkarenz zu erreichen? Nach dem Formulieren der Forschungsfragen werden Kriterien für den Ein- und Ausschluss von Studien definiert. Diese bestimmen, welche Studien ausgewählt werden. Die Einschlusskriterien haben dasselbe Format wie die PICO-Frage, sind jedoch in der Regel detaillierter und können zusätzliche Aspekte enthalten. Wichtig ist eine solide Grundkenntnis des Themas. Man sollte wissen, welche Art von Studien zur Beantwortung der Forschungsfrage durchführbar und relevant sind. Das Definieren der Ein- und Ausschlusskriterien a priori, also vor Beginn der systematischen Übersichtsarbeit, vermindert das Risiko für Verzerrung. Eine wichtige Rolle hat die systematische Literatursuche. Ziel ist es, Verzerrungen in der Selektion zu vermeiden. Diese entstehen, wenn nicht alle verfügbaren Studien berücksichtigt werden. Es ist notwendig, möglichst alle Studien zu finden, die für unsere Forschungsfrage relevant sind. Die systematische Literatursuche muss folgende Kriterien erfüllen. Es sollten mehrere Informationsquellen verwendet werden, zum Beispiel Datenbanken wie PubMed oder Ovid, Studienregister wie clinicaltrials.gov, Referenzlisten bekannter Publikationen und graue Literatur. Der Suchprozess muss genau dokumentiert werden, um transparent und reproduzierbar zu sein. Im Idealfall sollten Informationsspezialistinnen oder Spezialisten in die Entwicklung und Durchführung der Suche mit einbezogen werden. Mehr Informationen zur Literaturrecherche gibt es auf unserem YouTube-Kanal. Aber auch eine systematische Literaturrecherche kann niemals zu 100% genau sein. Meist erhält man von einer Literaturrecherche eine sehr große Anzahl an Ergebnissen. Jemand muss all diese Abstracts durchgehen und die relevanten Studien herausfiltern. Da ein Mensch nun mal Fehler macht, wird das Literaturscreening bei systematischen Übersichtsarbeiten immer von mindestens zwei Personen durchgeführt. Diese bewerten die Studien unabhängig voneinander. Studien, die für beide Personen die Einschlusskriterien erfüllen, werden eingeschlossen. Sind sie sich uneinig, wird der Konflikt ausdiskutiert oder durch eine dritte Person gelöst. Die eingeschlossenen Studien werden nun analysiert. Achtung, nicht alle Studien werden gleich gut durchgeführt. Bias oder Verzerrung ist ein systematischer Fehler, der durch ein Problem mit dem Studiendesign oder der Durchführung einer Studie verursacht wird. Das Ergebnis kann dadurch verfälscht werden. Beispielsweise kann eine schlechte Randomisierung oder eine mangelnde Verblindung die Ergebnisse verzerren. Leider können wir die Verzerrung selbst nicht direkt messen. Aber wir können das Verzerrungspotenzial einer Studie indirekt abschätzen, indem wir das Studiendesign und die Studiendurchführung kritisch evaluieren. Eine gut angelegte Studie weist ein geringes Verzerrungspotenzial auf. Es gibt validierte Instrumente, mit denen das Verzerrungspotenzial oder Bias-Risiko einer Studie eingeschätzt werden kann. Jedes dieser Tools bezieht sich auf ein bestimmtes Studiendesign und kann nicht für andere Designs eingesetzt werden. Das Cochrane Risk of Bias Tool zum Beispiel ist spezifisch für randomisiert kontrollierte Studien und kann nicht für Beobachtungsstudien benutzt werden. Für jeden relevanten Endpunkt muss die Bewertung des Bias-Risikos einzeln erfolgen. Eine Studie mit geringem Verzerrungspotenzial für ein Ergebnis kann trotzdem ein hohes Verzerrungspotenzial für ein anderes Ergebnis aufweisen. Zum Beispiel würde das Fehlen einer Verblindung keine Auswirkung auf die Einschätzung des Bias-Risikos für den Endpunkt Mortalität haben. Sie könnte aber die Einschätzung der Schmerzlinderung stark verzehren. Der letzte Schritt einer systematischen Übersichtsarbeit ist das Zusammenfassen der Ergebnisse. Dies kann narrativ erfolgen, sprich in Form eines Textes. Die Ergebnisse können aber auch statistisch zusammengefasst werden. Das wird als Meta-Analyse bezeichnet. Nicht alle systematischen Übersichtsarbeiten können in Meta-Analysen zusammengefasst werden. Aber jede Meta-Analyse sollte auf einer systematischen Übersichtsarbeit basieren. Die grafische Darstellung einer Meta-Analyse wird als Forest Plot bezeichnet, da sie, mit ein wenig Fantasie, einem Wald ähnelt. Doch was können wir aus dem Forest Plot herauslesen? Auf der linken Seite sehen wir die eingeschlossenen Studien und auf der rechten die dazugehörigen Ergebnisse. In diesem Fall umfasst die Meta-Analyse vier Studien. Die schwarzen Quadrate repräsentieren die Punktschätzungen der eingeschlossenen Studien. Die Größe des Quadrats entspricht der Größe der Studie. In unserer Meta-Analyse ist die Studie von Burke etwas größer als die von Moore. Die horizontalen Linien geben die Konfidenzintervalle der Punktschätzer an. Der weiße Diamant am unteren Ende des False Plots zeigt das kombinierte Ergebnis aller Studien mit seinem Konfidenzintervall. Das kombinierte oder gepoolte Ergebnis hat das engste Konfidenzintervall. Das Ergebnis wurde präziser. Die senkrechte Linie gibt an, ab wann die Intervention keine Wirkung aufweist. Wir sehen, die Konfidenzintervalle der vier Einzelstudien überschreiten diese Linie. Daher hat keine der Einzelstudien ein signifikantes Ergebnis. Jedoch führt die Zusammenfassung der Studien zu einem statistisch signifikanten Ergebnis. Das Konfidenzintervall der gepulten Schätzung überschreitet die Kein-Effekt-Linie nicht. Die Evidenzsynthese einer systematischen Übersichtsarbeit beinhaltet auch eine Bewertung der Verlässlichkeit der Ergebnisse oder der Evidenzsicherheit. Das heißt, man beurteilt, wie wahrscheinlich es ist, dass die Studienergebnisse tatsächlich stimmen. Wie viel Vertrauen können wir in die Ergebnisse haben? Zur Beurteilung der Evidenzsicherheit werden mehrere Aspekte berücksichtigt. Unter anderem das Bias-Risiko, die Konsistenz der Ergebnisse, die Genauigkeit der Schätzungen und andere. Bitte sehen Sie sich das nächste Video zum Thema Grade an, eine Möglichkeit der Bewertung der Evidenzsicherheit. Unter anderem das Bias-Risiko, die Konsistenz der Ergebnisse sind. Unter anderem das Bias-Risiko, die Konsistenz der Ergebnisse sind.